Hallo und herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um den Medizintechnikkonzern Sonova. Aus der Schweiz zugeschaltet begrüße ich jetzt Vivian Spanberg von Vontobel. Frau Spanberg, Sonova hat erst kürzlich wegen schlechterer Nachfrage in einigen Schlüsselmarkten die Ziele für das Gesamtjahr gekürzt. Ist das nur eine temporäre Schwäche oder kämpft Sonova mit größeren Problemen? Ja, Sonova hat die Umsätze in den ersten Monaten des Geschäftsjahr 2022, 2023 vor allem in Schlüsselmärkten doch hier ein bisschen weniger bekommen, als sie eigentlich erwartet haben. Vor allem in den USA im Privatkundenmarkt für Hörgeräte und Audiolösungen. Da ist die Nachfrage so ein bisschen ins Stocken geraten, aber es hat auch noch dann weitere Möglichkeiten gegeben, dass die Betriebsmarge hier beispielsweise auch nicht so gut gelaufen ist, nämlich die Kosten für Transport und Komponenten sind hier relativ stark gestiegen, aber auch die Lohninflation hat dann dazu geführt, dass die Profitabilität der Gruppe hier etwas nachgelassen hat und am Ende des Tages dann die Betriebsgewinnmarge hier überproportional stark gefallen ist. Sonova, aber auch Analysten, muss man dazu sagen, hatten offensichtlich damit gerechnet, dass die Kosteninflation sich hier etwas schneller abschwächt. Da die Folge dessen, jetzt hat Sonova gezogen und hat ihre Ausblicke ein bisschen weiter nach unten revidiert. Umsatz wachstum 16 bis 18 Prozent und EBITDA soll nicht weiter steigen, also soll eher auf Vorjahresniveau hier bleiben. Man kann auch die Gründe hier relativ stark oder relativ schnell auch sehen. Die Finanzmärkte sind immer noch so ein bisschen im Trubel und das ist vor allem natürlich auch bei Pensionskassen beispielsweise hier vor allem in den USA zu spüren, nämlich da kommen beispielsweise der Hauptsatz für Kunden in den USA, die beziehen das eben über die Pensionskassen und wenn diese ins Straucheln geraten, gerade weil sie die Aktienmärkte hier unter Druck sehen, geht natürlich nicht mehr so viel nachgefragt. Auch das Konsumerbild an sich ist eher negativ eingetrübt. Da wird vielleicht dann doch eher darauf verzichtet, eben sich das neue Hörgerät hier zu leisten und vielleicht etwas anderes. Und gerade für Sonova sind natürlich seine Konsumenten eher pensioniert oder vielleicht schon etwas älter, die dann von der Inflation, die jetzt kommt und immer noch im Gange ist, wahrscheinlich ein bisschen härter getroffen wird als vielleicht arbeitende Bevölkerung. Und das hat natürlich von Sonova so ein bisschen hier negativen Einfluss gehabt. Das haben sie vielleicht auch ein bisschen zu sehr zur Seite geschoben, aber sie haben es einfach unterschätzt, diese Inflation und vor allem auch diese negativen Einflüsse in den Finanzmarkt. Und da haben sie jetzt den Stecker gezogen, sage ich mal, und erst mal ihre Umsätze nach unten revidiert. Sonora will jetzt mit der neuen Lumity-Plattform die Nachfrage ankurbeln. Wie vielversprechend ist denn diese neue Plattform? Nur zwei Jahre nach der Einführung der äußerst erfolgreichen Fonok Paradise-Plattform haben Sie sich jetzt mit Lumity noch eine neue Plattform, sage ich mal, hinzugelegt und wollen hier vor allem natürlich auch Ihren Nachfrage wieder weiter ankurbeln. Es gibt natürlich auch Neuigkeiten bei der neuen Plattform. Hier soll beispielsweise 16 Prozent verbessertes Sprachverständnis von vorne und 15 Prozent besseres Sprachverständnis von der Seite und von hinten dazu führen, dass es eben noch mehr Nachfrage nach den Plattformen hier von vorne gibt. In dem Fall ist aber auch noch dazu zu sagen, dass beispielsweise die Plattform auch eine Konnektivität bietet, beispielsweise mit Smartphone-Apps, die dann auf Gesundheitsdaten zurückgreifen, wie beispielsweise Schrittanzahl oder ähnliches. Und da die Bevölkerung immer älter wird, und vor allem sich immer mehr Menschen dazu entscheiden, ein Hörgerät zu benutzen, sieht Sonova hier vor allem auch seine Marktposition als Technologieführer relativ gut. Und die beiden letzten Launcherungen, die sie gemacht haben, die sind auch schon sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und das hat Sonova eigentlich auch dazu geführt, dass sie hier wirklich Marktführer in dem Bereich sind. Und jetzt hoffen sie auch, dass sie, auch wenn es erst vor zwei Jahren eine Plattform gab, jetzt durch die neue Plattform noch mehr Nachfrage hier anzukurbeln und vor allem auch gerade durch eben die verbesserte Qualität oder die bessere Sprachaufnahme der Plattform hier noch einen Mehrwert zu bieten. Sonova will auch in China angreifen. Mitte August hat der Konzern eine Übernahme bekannt gegeben. Es geht um die HighSound-Gruppe, eine der führenden Ketten von Hörakustikgeschäften in China. Wie wichtig ist denn der Markt in China? Sonova gab eben bekannt, dass sie die Vereinbarung mit der HighSound-Gruppe hier abgeschlossen haben, zusammenführende Kette, vor allem in China. Sie haben zum Beispiel über 200 Fachgeschäfte, 20 Provinzen und 70 Städte. Machen sie oder bewirtschaften sie mit ihren Hörgeräten hier in dem Fall. Und für Sonova eigentlich ein relativ guter Einstieg. Sie haben somit schon ein relativ großes Netz, das sie hier einkaufen können. Und auch das Geschäftsmodell von der HighSound-Gruppe, die machen wirklich High-End-Hörgerät-Akustik hier. Und da passt natürlich Sonova auch super rein. Und hier vor allem natürlich, was sie für einen, sage ich mal, Zugriff schon für den Markt bekommen. Und darauf wollen sie natürlich weiter expandieren nach China. Weil China ist, wie ich eigentlich fast jede Woche sage, für fast jede Aktie hier wirklich mit Abstand der größte Markt. Auch im Wachstumsbereich. Die ältere Bevölkerung, auch vor allem natürlich in China, ist hier ganz vorne mit dabei. Im Wachstumsbereich, wo Sonova natürlich auch sich weiterhin ausbreiten will. Und die HighSound-Gruppe hat 650 erfahrene Mitarbeiter und auch einen hervorragenden Ruf in China. Da wollen sie natürlich weiter darauf aufbauen, sich weiter expandieren über China hinweg. Und die HighSound-Gruppe macht auch relativ gute Umsätze. 32 Millionen Schweizer Franken waren es in 2021. Und das will Sonova natürlich noch weiter hier in Richtung 100 Millionen wahrscheinlich treiben. Aber auch die starke Wachstum der Mittelschicht. Gerade sieht Sonova hier nicht nur für China, auch für alle anderen Länder, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren doch hier wirklich eine stärkere Nachfrage nach Hörgeräten kommen wird. Und gerade für den wirklich starken Markt in China sind sie jetzt schon mal am Anfang sehr gut positioniert. Wir haben Sonova zum ersten Mal im Börsenplatz Zürich dabei. Da wollen wir natürlich auch mal einen kleinen Vergleich zur Konkurrenz anstellen. Wie ist denn Sonova aufgestellt? Sonova ist, wie schon ein, zwei Mal angesprochen, Marktführer in seinem Bereich, der Hörakustik natürlich. Dadurch, dass ihre Plattform, die sie bieten, technologisch eigentlich wirklich sehr weit fortgeschritten ist. Und das macht sie auch wirklich zum Marktführer. Und das ist auch die Entscheidung bei ganz vielen Audiologen. Die haben nämlich eigentlich am Ende, sage ich mal, die Entscheidungsmacht. Und die entscheiden sich jeweils immer, was für den Kunden am besten passt. Und meistens ist es aufgrund der wirklich fortgeschrittenen Technologie von Sonova eben meistens Sonova. Und deshalb machen sie beispielsweise auch mehr der Hälfte ihrer Umsätze aus von unabhängigen Audiologen und Verkaufsketten wie Costco. Und die wählen dann ein einziges Produkt aus von verschiedenen Herstellern. Und damit herrscht man dann eigentlich im Oligopol, weil es gibt auch nicht so viele Hersteller. Also es gibt Sonova beispielsweise, dann noch GN Store Nord und Dimant Hörgeräte, die über diesen Kanal vertrieben werden. Und wenn man technologisch eigentlich auf dem besten Stand ist oder ganz vorne mit dabei, hat man natürlich die meiste Chance, dann auch hier ausgewählt zu werden. Und die Verträge sind meistens auch sehr langfristig angelegt. Somit gibt es dann wirklich eigentlich in dem Fall dann Monopolstellung, weil man dann ja eigentlich gar keine Konkurrenz in dem Fall hat. Aber Sonova findet diesen Wholesale-Bereich jetzt auch nicht so toll, weil man wirklich eben in dieser kontinuierlichen Oligopolstellung ist. Sie haben sich deshalb dazu entschieden, beispielsweise in den USA ein eigenständiges Unternehmen mit unabhängigen Audiologen aufzustellen und somit ihre Produkte dadurch zu verbreiten. 120 Millionen Schweizer Franken Umsatz machen sie beispielsweise. Und es soll vor allem ein Schritt dazu sein, hier ihre schwache Position in den USA besser ein bisschen stärken zu können. Aber es gibt nicht nur die traditionelle Konkurrenz von Hörgeräthersteller, sondern beispielsweise auch der OTC-Markt. Bose beispielsweise, meistens vielleicht die Kopfhörer von Bose, ich habe selbst welche davon, die haben jetzt zum Beispiel auch von der FDA in 2018 die Freigabe bekommen, damit zu werben, dass sie ein Hörgerät haben. In dem Fall ist es eigentlich eher ein Produkt, das zum Beispiel für leichte bis mittelstarke Hörbeeinträchtigungen genutzt werden kann. Und der Nutzer kann es selbst anpassen, programmieren und steuern. Also es ist klar ein klassisches Hörgerät, sondern es ist eigentlich ein Hörverstärker in dem Fall, der eben selbst programmiert werden kann. Und hier hat Sonova eigentlich schon darauf reagiert. Sie haben nämlich die Kopfhörersparte von Sennheiser gekauft. Sie wollen nicht eins zu eins gegen Bose eigentlich antreten, sondern sie gehen eher davon aus, dass man beispielsweise zusätzlich zu seinen Hörgeräten noch eben Hearable machen kann. Also Geräte mit Sprach- und Tonverbesserung. Und wenn man dann beispielsweise ein Sennheiser-Produkt, also in dem Fall ein Sennheiser-Produkt, kauft zur Verbesserung, ist vielleicht der Weg auch zum Hörgerät gar nicht mehr so weit. Und da versprechen sie sich natürlich auch von, dass sie davon dann profitieren. Weil, da muss man schon sagen, sie sind in Konkurrenz jetzt gerade auch zu Bose getreten, weil vielleicht einige Leute dann eher doch dazu tendieren, sich das selbst irgendwie zuzustellen. Außer, dass sie nicht zum Audiologen gehen oder etwas oder auch vielleicht sich nicht eingestehen wollen, dass irgendwas schief läuft. Und da hat natürlich Sonova jetzt hier, sage ich mal, auch vorher reagiert und die Sparte von Sennheiser gekauft. Aber Sonova ist mit Abstand eigentlich gerade von der Profitabilität, wenn man sich jetzt nur die Hörgeräte anschaut, Marktführer. Sonova ist auch seit gestern im Schweizer Light Index vertreten. Ist das jetzt eher eine Belohnung für gute Arbeit oder eine Herausforderung, weil Sonova dann mehr im Brennglas der Öffentlichkeit steht? Man könnte mal Logitech fragen oder Partners Group, ob das eine Genugtuung war, in den letzten Mai aufzusteigen. Die werden wahrscheinlich erst mal sagen, nein. Bei Sonova ist natürlich erst mal das, was sie gemacht haben, also das, was die Aktie auch wiedergegeben hat im letzten Jahr, die Genugtuung dafür, dass man eben in den größten Schweizer Index aufgenommen wird. Sonova an sich kann sich davon nicht wirklich was kaufen, weil sie haben davon eigentlich nicht wirklich was. Aber man sagt auch eigentlich, dass es ein Beleg dafür ist, dass man halt wirklich zu den großen Unternehmen gehört. Bei Logitech hat es nicht so gut funktioniert nach dem SMI-Aufstieg. Dagegen ist eher bergab. Partners Group ist auch eher nach unten durchgereicht worden. Aber es gibt dafür auch einige Gründe. Beispielsweise ist es erstens, Unternehmen, die aufgenommen werden in den SMI, die haben ja eine relativ große Performance abgelegt. Und sie haben vor allem überdurchschnittlich gut sich performt. Und das hat dann auch vor allem ein gewisses Gewicht. Und irgendwann muss die Konsolidierung hier auch einsetzen. Das wird dann wahrscheinlich bei Sonova auch der Fall sein. Und das sieht man beispielsweise auch in der Pandemie. Gab es auch die ein oder anderen Unternehmen, die gerade von der Pandemie getrieben in Indizes aufgenommen werden. Das sieht man zum Beispiel in Deutschland. Da ist HelloFresh in den DAX aufgestiegen. Pandemiebedingt wirklich extrem stark gelaufenes Unternehmen. Und die gehen jetzt schon wieder aus dem DAX raus, weil sie das nicht halten können. Ein zweiter Grund ist aber auch vor allem, dass die Indexzusammensetzung von Fonds natürlich geändert wird. Und nicht Fonds, die SMI abbilden, sondern Fonds, die eben kleine oder mittlere Unternehmen abbilden. Und die ein Cap darauf haben, wie viele große Unternehmen in dieses Fonds eingekauft werden. Und da muss man dann vielleicht sogar seine Position von Sinova reduzieren, weil sie eben als Großunternehmen jetzt gelten und gar nicht so viel in den Fonds drin sein können. Das können ein oder zwei Sachen sein, die eben darauf abspielen, dass der Aufstieg im SMI nicht immer gut ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Belohnung für die gute Performance der Aktie. Und man muss schon sagen, in dem SMI zu sein, da ist man bestimmt auch etwas stolz. Was heißt das jetzt für die weiteren Perspektiven der Aktie? Wie sieht der Markt die Lage momentan? Die Aktie von Sinova, die brauchte etwas länger, um ihren Tief wieder ausgleichen zu können, bei 2,5 Franken vor der Pandemie. Die aber schneller als erwartenden Retail-Bereich, Sennheisers Übernahme und dann die hohe Liquidität am Markt, haben sie eigentlich im November auf 400 Franken schießen lassen. Das haben sie jetzt so langsam aber auch schon wieder abgegeben. Der Wachstumsziel hat hier wirklich extrem korrigiert. Man sieht auch den Einbruch jetzt dadurch, dass sie eben ihre Zahlen nach unten korrigiert haben. Dann vielleicht noch so ein bisschen, dass sie in SMI sind. Also aktuell ist es nicht so, dass super Umfeld gerade für Wachstum Sachsen und Sinova gehört eben auch ganz klar damit zu. Aber nichtsdestotrotz sehen beispielsweise Analysten hier noch eine rosige Zukunft für Sinova. Die setzen nämlich das 12-Monats-Durchschnittskursziel bei Bloomberg bei 334,36 Schweizer Franken. Das sind 45 Prozent Aufwärtspotenzial für die Aktie auf 12-Monats-Sicht. Die steht nämlich bei 230 Schweizer Franken. Und auch ratingseitig geht es eigentlich relativ positiv zu. 48 bei Rating 38 Prozent Hold und 14 Sale-Rating auf der Sinova-Aktie. Man muss bei Sinova einfach sagen, sie haben die Inflation ein bisschen unterschätzt. Jetzt kommt noch der OTC-Markt dazu. Aber irgendwie clevere Einkäufe und die älteren Bevölkerung, das muss man ja dazu sagen, gibt es bei vielen Aktien so als Leitspruch von Wachstumsaktien vor allem. Jetzt haben sie extrem stark wirklich korrigiert. Und jetzt muss man erst mal schauen, ob die Aktie das eben noch wieder aufnommen kann. Sagt Vivian Sparnberg von Vontobel. Vielen Dank. Das war die aktuelle Ausgabe von Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf den Medizintechnik-Konzern Sinova. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.